Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine PDF-Datei bearbeiten und vor allem auch kostenlos in ein Word-Dokument umwandeln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um eine PDF kostenlos bearbeiten zu können, sollte man diese am besten einmal in ein Word-Dokument umwandelnd, anschließend bearbeiten und dann zum Schluss wieder zurück in eine PDF konvertieren. Hierfür einfach mal ein leeres Word-Dokument öffnen, dann hier oben links auf Datei klicken, auf Öffnen, anschließend hier unten drin auf Durchsuchen und jetzt einmal die entsprechende PDF-Datei öffnen. Hierfür klicke ich auf meine PDF-Datei drauf und hier unten mit Öffnen bestätigen. Jetzt haben wir das Ganze einmal in Word und ich kann alles anklicken bzw. auch abändern. Wichtig ist jedoch, dass diese Technik noch nicht hundertprozentig perfekt ist, also es kann immer einmal sein, dass zum Beispiel ein Bild oder auch der Text hier zum Beispiel etwas verschoben ist. Dann muss man das Ganze natürlich anschließend leider nochmal etwas anpassen. Jetzt möchte ich aber erstmal diesen Text hier abändern, ich kürze ihn also und dann möchte ich hier auch noch eine Unterschrift einfügen, denn ich finde, bei einer PDF kommt das relativ häufig vor, dass man eigentlich nur eine Unterschrift einfügen möchte. So, das sollte jetzt auch schon passen, jawohl, schaut gut aus und jetzt kann ich das Ganze nämlich wieder als PDF zurückkonvertieren. Hierfür einmal links oben wieder auf Datei draufklicken, anschließend auf Exportieren, PDF-Dokument erstellen und jetzt habe ich die Möglichkeit entweder, dass ich mein altes Dokument gleich überschreibe, aber um das Ganze besser zu veranschaulichen, ob es auch wirklich funktioniert hat, nenne ich jetzt einfach mal PDF-Datei bearbeiten 2 und hier unten auf Veröffentlichen klicken. Bei mir wird die Datei jetzt automatisch schon geöffnet, wir können sehen, hier ist die Unterschrift eingefügt und der Text ist gekürzt und meine originale Datei hat noch den langen Text und auch keine Unterschrift und somit haben wir jetzt auch schon unsere PDF-Datei kostenlos bearbeitet. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.